In diesem Video geht es um Inflation, um Renditen und warum der Goldpreis steigen müsste. All das versuche ich zu zeigen durch einen Rundumschlag über die Lage, mit der wir es derzeit zu tun haben. Und wir gehen gleich in Medias Res und gucken uns der Jaschiste an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die 10-jährige Realrendite, also die Rendite minus Inflation in den USA. Und wir sehen, die wird immer negativer. Das ist ein invertierter Chart, also ein umgedrehter Chart. Hier die rote Linie und Gold. Ist ein bisschen gestiegen zuletzt, aber nicht wirklich gestiegen. Und Sie sehen, in der Vergangenheit war das meistens so, dass die Dinge relativ parallel gelaufen sind. Dass also Gold dann gestiegen ist, wenn die Realrenditen immer negativ wurden, negativer wurden. Und welche Situation haben wir heute? Wir haben heute ein neues Allzeittief, der Real Rate, New Record Low. Also die Realrendite ist so negativ wie noch nie. Und jetzt kommt hinzu, nicht nur, dass eben diese Realrendite so negativ ist wie noch nie. Weil heute die Anleiherenditen auf breiter Front fallen. Wir sehen die 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 1,157%. Und das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen zumindest in den nächsten Wochen weiterfallen werden, ist nicht gerade klein. Warum? Weil die Amerikaner jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erstmal ihre Anleiheemissionen ein bisschen zurückfahren werden. Sie bringen also weniger Anleihen auf den Markt. Das heißt, das Angebot an Staatsanleihen, an US-Staatsanleihen wird immer knapper. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Renditen für US-Staatsanleihen derzeit fallen. Denn zwischen Februar und Juni haben die Amerikaner mal eben 1,3 Billionen neue Schulden gemacht. Aber sie haben ungefähr Staatsanleihen im Volumen von 13 Milliarden nur auf den Markt gebracht. Also ein Bruchteil, ein Minimum ein Prozentchen um und bei dessen, was man hier an neuen Schulden aufgenommen hat, ist durch die Emissionen von Staatsanleihen finanziert worden. Den Rest, der ist gekommen von dem US-Finanzministerium, das ein Konto bei der US-Notenbank hat. Dementsprechend erklärt sich vielleicht, warum alle diese Staatsanleihen brauchen, vor allem US-Banken. Denn die sind regulatorisch dazu verpflichtet, eine bestimmte Quote in Relation zu ihrem Kapital an Staatsanleihen zu halten. Und deswegen sehen wir wahrscheinlich diese Dinge am Repomarkt, die derzeit der Fall sind. Letzten Freitags erste Mal die Billionengrenze überschritten an einem Tag, wo also Banken oder Geldmarktfonds bei der FED Gelder geparkt haben, Cash geparkt haben, um Staatsanleihen zu bekommen. Und hier sagt Andreas Steno-Larsen, dass diese Situation jetzt sich verschärfen könnte, weil die FED jetzt bald das Tapering beginnen wird, also die Anleihekäufe weiter reduzieren wird. Man sehe das schon, so sagt es Andreas Steno-Larsen, in dem sogenannten Twisting von QE-Purchases. Also man ist jetzt in längere Laufzeiten gegangen, das sei ein Hinweis. Und eben diese Reverse Repos, über die ich gerade gesprochen habe, eine Billion zuletzt. All das zeigte, dass die FED offenkundig schon dabei ist, diesen Prozess vorzubereiten. Klar muss sie auch, und sie hat mehrfach angekündigt, dass das irgendwann passieren wird, das kann man nicht von Null auf machen, sondern da muss man gewisse Vorbereitungen treffen. Wir sehen also extreme Nachfrage nach Staatsanleihen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Inflation ja durchaus gestiegen ist. Und vor allem, wie Mohammed El-Erian hier beobachtet und klar macht, also vor drei Monaten hat man gesagt, ja okay, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben vielleicht Transportkosten, die angestiegen sind. Und ist das jetzt besser geworden als vor drei Monaten? Nein, es ist noch viel gravierender geworden. Das ist genau das Thema. Und die FED spricht aber nach wie vor von Transitory, von vorübergehend. Aber wenn dieses Transitory ein oder zwei Jahre dauert, dann ist es praktisch unsinnig, diesen Begriff überhaupt noch zu verwenden. Denn Transitory, das war eigentlich für ein, zwei, drei Monate erstmal gemeint. Jetzt verschiebt man sozusagen die Dauer von Transitory von vorübergehend, der wird immer weiter ins Unendliche verschoben. Das ist derzeit der Trick der US-Notenbank. Aber wir sehen eben auch, und das hat heute der ISM-Index Gewerbe gezeigt, dass praktisch alle Unternehmen, die hier befragt werden, von Problemen bei Lieferketten, sprechen von höheren Inputkosten, höheren Transportkosten, hohe Rohstoffpreise. Hier heißt es, alle Segmente der Gewerbe sind davon betroffen, lange Wartezeiten. Also man wartet auf die Dinge, Shortages von Basic Materials, also man hat zu wenig Basismaterialien, Rising Commodity Prices und eben Probleme, die Dinge, die man produziert, dann auch zu transportieren. Und auch, man spricht hier beim ISM von Worker, Absenteism, was für ein Wort, ein Absenteismus gewissermaßen von Arbeitskräften. Also es gibt zu wenig Arbeitskräfte, jetzt haben alle das auf gut bayerisch gesagt, meine Damen und Herren. Das ist genau dieser etwas giftige Mix und auf der anderen Seite eben jetzt diese Nachfrage nach Staatsanleihen, die vor allem in den USA der Fall ist. Und dadurch sehen wir, dass hier eben die realen Renditen immer weiter negativ werden und das müsste eigentlich sehr, sehr gut für Gold sein. Apropos Staatsanleihen, jetzt ist ja so, eigentlich müsste ja am 1. August, also gestern, die Schuldenobergrenze angehoben worden sein. Jetzt hat Janet Yellen mal eben schnell als Finanzministerin ein paar Sondermaßnahmen verfügt, Extraordinary Measures ergriffen, damit man erstmal die Finanzierung der USA aufrecht erhalten kann, weil der Senat es nicht hinbekommen hat, in den USA eben diese Schuldengrenze anzuheben oder zumindest irgendwie eine Idee zu entwickeln, wie man jetzt weitermachen will. Durch diese Notmaßnahmen, die Janet Yellen jetzt offenkundig ergriffen hat, also man greift auf irgendwelche Töpfe, die irgendwo noch zu finden sind, zurück, dürfte das Ganze noch drei Monate gehen, bis eigentlich dann die USA, naja, bankrott wären, wenn man so will, wenn man eben die Schuldengrenze nicht anhebt. Aber natürlich wird das passieren mit der Schuldengrenze, gar keine Frage. Aber gucken wir mal nach Europa. Wir haben heute jetzt das erste Mal, dass die 30-jährige deutsche Staatsanleihe unter Null gefallen ist, also negativ rentiert. Also auch in Europa Trend zu negativ Renditen geht weiter. Das zeigt sich auch zum Beispiel bei den sogenannten Investment Grade Corporate Bonds, also bei den Unternehmensanleihen, die ein Rating Investment Grade haben, also ein gewisses Gütesiegel durch die Ratingagenturen, deren Verlässlichkeit wir in der Finanzkrise ausreichend haben, würdigen dürfen. Und hier sehen wir, dass jetzt 1,87 Billionen oder die Hälfte, gut die Hälfte dieses Marktes negativ rentiert. Wunderbar, das heißt Unternehmen, die Investment Grade Status besitzen, die können sich Geld leihen und die bekommen Geld dafür, dass sie sich Geld leihen, dass sie also Kredite aufnehmen. Auch das ist super. Markets Contestors, as much as they want, hat Lagarde gesagt. Momentan läuft der Test in die andere Richtung. Das ist bezeichnet. Und jetzt haben wir gleichzeitig aber Inflation. Markus Kahl hat das hier mal ein bisschen ausgerechnet. Wenn wir ein Sparvermögen der Deutschen von 7,143 Billionen Euro haben und gleichzeitig eine Inflation von 3,8 Prozent, wenn das jetzt so bliebe, dann wäre das eine Enteignung, wie er das bezeichnet, von 271 Milliarden Euro oder 3,300 Euro pro Bürger oder 13,240 Euro für eine Familie. Da sagt er, das ist eine Solidaritätsabgabe der Deutschen für den Euro. Danke, liebe EZB. Okay, man muss halt weitermachen. Stelter hat mal den Satz gesagt, Daniel Stelter, das ist praktisch wie ein Ballon, den du unter Wasser drückst. Der hat nochmal einen natürlichen Auftrieb, will nach oben, aber du musst ihn immer weiter nach unten drücken, drückst ihn nach unten und irgendwann schießt er so nach oben, weil du das nicht mehr schaffst, ihn nach unten zu drücken. Vielleicht werden wir vor dieser Situation stehen. Wir werden am Donnerstag in der dritten Folge von Boom & Bast darüber sprechen, unter anderem mit Thorsten Pollard, meine Damen und Herren. Und da geht es auch um den Goldpreis hier, by the way, in einem Chart von Capital.com. Wie lange habe ich das schon immer gesagt? Also, schauen Sie mal her. Ich habe Ihnen hier mal eingezeichnet, Gold, die relevanten Unterstützungs- und Widerstandslinien. Wir haben eigentlich ein ziemlich klares Bild. Wir haben unten auf der Unterseite so bei 1.790, 1.795 eine ziemlich dicke Unterstützung und wenn bei 1.830 Dollar einen Widerstand geht, der da drüber, der Goldpreis nämlich, dann dürfte das weitere Zugewinne nach sich ziehen. Ein Bruch dieser 1.790, 1.795 Marke dagegen wäre eher negativ, aber normalerweise ist jetzt demnächst der Beginn einer saisonal eher günstigen Phase für Gold. Das könnte also sich nochmal ausgehen. Und die Frage ist, naja, warum fallen die Renditen eigentlich? Ist das Konjunkturpessimismus? Ist das eben jetzt mechanische Faktoren wie Bedürfnis nach Staatsanleihen, Mangel an Staatsanleihen etwa in den USA? Oder richten die Anleihenmärkte, dass da etwas mit der Konjunktur nicht stimmt? Dafür würde das sprechen, was wir derzeit jetzt in China oder in Kino sehen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir unten mal den Kalkschieneneinkaufsmanager-Index, der sich ja gerade noch über der 50er Marke gehalten hat, aber die Neuaufträge sind unter die Marke von 50 gefallen. Das heißt, die Neuaufträge sind weniger geworden. Kontraktion, die wir hier bereits sehen. Und dass die chinesischen Aktienmärkte dann doch hossierten, also nach oben gingen, das hat den US-Futures geholfen. Das hat dann das ganze Sentiment ein bisschen gestärkt, weil man ein bisschen mehr Stimulus betreiben will, weil auch den Herrschaften in Peking klar wird, oh, das läuft, na mal so recht, da müssen wir auch ein bisschen wieder, ja, schieben müssen wir da. Und dementsprechend sehen wir hier diese Stimmung. Erstmal super Nachricht, dazu eben auch vielleicht Infrastruktur in den USA. Der Senat soll ja in dieser Woche darüber abstimmen. Also eigentlich alles schick, aber dennoch die Märkte dann immer weniger euphorisch, nachdem es das obligatorische Overnight-Gap gegeben hat im europäischen Handel. Sehen wir, dass die Geschichte schwieriger wird. Peking wird jetzt einige Flüge und Zugfahrten annullieren, wird die nicht stattfinden lassen. Wir sehen, dass Millionen von Chinesen jetzt wieder im Lockdown sind. So viele wie seit Februar 2020 nicht mehr. Also diese ganze Geschichte, ich hatte es heute Morgen im Videoausblick schon thematisiert, die wird nicht besser in Asien, zumal auch andere Volkswirtschaften in Asien, Thailand, Vietnam, Philippinen, Indonesien, hier wirtschaftliche Probleme inzwischen haben. Die Einkaufsmanager-Indizes unter die Marke von 50 gerutscht, damit Kontraktion anzeigen. Und wir sehen, dass Volatility möglicherweise ansteigen könnte. Also die Volatilität am Aktienmarkt, der wiegt, der macht höhere Tiefs und höhere Hochs. Hier könnte das also darauf hindeuten, dass wir bald ein bisschen Nervosität sehen werden. Auch am Aktienmarkt, ich weiß, Aktien steigen immer, aber saisonal ist jetzt heute die erste Phase. Gerade im August dann nicht so schön. Schauen wir da mal, wie es geht. Und der DAX heute belastet, und das ist wirklich eine coole Geschichte. Die Allianz hat gestern am Sonntagabend eine Ad-Hoc-Mitteilung herausgegeben, dass sie also möglicherweise eine Neubewertung von Risiken aus ihren Fonds vornehmen muss, wo US-Institutionen offenkundig Gelder versenkt haben. Das heißt, die Allianz hat mit ihren Produkten Verluste gemacht und muss die jetzt wertberichtigen. Das ist cool, dass einem das am Sonntagabend einfällt. Du war da was. Und du, ich glaube, wir haben ein paar Milliarden verloren. Das habe ich letzte Woche noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber Sonntag, da denkst du anders drüber nach. Da bist du entspannter. Da wirst du kreativ, auch gedanklich. Und da merkst du, oh, da fehlen ein paar Milliarden. Und das hat heute dann die Allianz belastet und dann eben auch den DAX belastet. Jetzt schauen wir mal, ob der Goldpreis wirklich so steigen wird. Das Umfeld ist eigentlich ziemlich gut, möchte ich fast formulieren. Vor allem, wenn der Anstieg über 1.830 Dollar gelingen könnte. Wir sehen, Renditen im freien Fall. Irgendwas ist da im Busch, meine Damen und Herren. Wir werden bald sehen, was das ist. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend. Und sage sehr hohes Amtschau.